Was ist denn? Ja, ich bin ja. Das ist gut. Ja, ich habe mal. Eine wunderschöne Unterkassel. Mein Name ist Kiel Oferin, das ist meine großartige Band und wir sind gerade auf Zulene und ich freue mich sehr, dass wir auf dem Weg von Berlin nach Hause nach München in Dessau-Stopp machen und für euch ein paar Songs stüllen dürfen. Vielen Dank und viel Spaß. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.